Vorlage Infobox Hochschule Mitarbeiter fehlt Vorlage Infobox Hochschule Professoren fehlt die Hochschule für Bildende Künste Hamburg ist eine staatliche Kunsthochschule in Hamburg. Die HfBK Hamburg ist eine künstlerisch-wissenschaftliche Hochschule, an der ein Studium der Bildenden Künste und ihrer Theorien absolviert wird. Studium Von über 1000 Bewerbern werden im jährlichen Auswahlverfahren nur 80 zum Studium zugelassen. Im akademischen Jahr 2014 15 sind an der HfBK Hamburg 856 Studierende eingeschrieben. Anzahl der Absolvent pro akademischem Jahr Anstelle der bisherigen Diplom-Studiengänge wurde im Wintersemester 2008-09 der konsekutive Bachelor-Master-Studiengang Bildende Künste eingeführt. Dieser interdisziplinäre Studiengang umfasst alle an der HfBK vertretenen künstlerischen und wissenschaftlichen Fächer. Es liegt in der Entscheidung der Studierenden, verschiedene Studienschwerpunkte zu kombinieren oder sich auf einen Einzelnen zu konzentrieren. Dies soll Ihnen erlauben, ein individuelles künstlerisches und oder wissenschaftliches Profil auszubilden. Die Studienzeiten belaufen sich auf vier Studienjahre für den Bachelor-Studiengang und zwei Studienjahre für den darauffolgenden Master-Studiengang. In allen Fachbereichen muss die künstlerische Befähigung im Rahmen eines Auswahlverfahrens nachgewiesen werden. Die HfBK vergibt auf dem Weg der Promotion den Titel eines Dr. Phil in Art. Es liegt in der Entscheidung der Studierenden, verschiedene Studienschwerpunkte zu kombinieren oder sich auf einen Einzelnen zu konzentrieren. Bildhauerei Bühnenbild Bühnenraum Design Film Grafik Typografie Fotografie Kunstpädagogik Malerei Zeichnen Theorie und Geschichte Zeitbezogene Medien Das Architekturstudium lief durch Zusammenlegung aller Hamburger Architekturstudiengänge in die neu gegründete HafenCity Universität Hamburg 2006. Aus Internationalität Die HfBK forciert mit großem Engagement die Internationalisierung der Hochschule und ihrer Studierenden. Neben der Berufung von internationalen oder international erfahrenen wie renommierten Professorinnen und Professoren fördert sie nachdrücklich den internationalen Austausch von Studierenden. Seit 2010 wird diese maßgeblich durch die gemeinsam mit der Alfred-Töpfer-Stiftung FVS initiierte Art School Alliance auch über den europäischen Rahmen hinaus vorangetrieben. Das Stipendiatenprogramm ermöglicht bis zu zwölf internationalen Kunststudierenden im Rahmen von Stipendien ein Semester mit frei und ohne Studiengebühren in einer ehemaligen Fabrikloft gemeinsam zu wohnen und zu arbeiten. Im Gegenzug gehen jährlich bis zu zwölf HfBK-Studierende für ein Semester an die Partnerhochschulen ohne dort Studiengebühren bezahlen zu müssen. Partner im Rahmen der Art School Alliance School of the Museum of Fine Arts Boston California Institute of the Arts Los Angeles Chinesische Hochschule der Künste Hauzhu Goldsmiths University of London Department of Art Ecole Nationale Superiöre des Boards de Paris San Francisco Art Institute Akademie der Bildenden Künste Wien Öffentliche Veranstaltungen Dreimal im Jahr öffnet die HfBK ihre Türen für die Öffentlichkeit Zur Ausstellung der Absolventinnen und Absolventen Zur Jahresausstellung im Februar Auf der alle Studierenden ihre Semesterarbeiten präsentieren Und zur Eröffnung des Semesters im Oktober eines jeden Jahres Während des Semesters ermöglichen die Ausstellungen in der von wechselnden Studierendenteams organisierten Galerie der HfBK sowie die regelmäßig Dienstagabend stattfindende Ausstellungsreihe folgendes den Austausch unter den Studierenden ebenso wie mit externen Besuchern Geschichte 1767 wurde die Hamburger Gewerbeschule von der Patriotischen Gesellschaft gegründet 1896 wurde sie zur staatlichen Kunstgewerbeschule, später zur Landeskunstschule Das Hauptgebäude am Lerchenfeld II im Hamburger Stadtteil Ullenhorst wurde von dem Architekten Fritz Schumacher zwischen 1911 und 1913 eigens für die Kunstschule gebaut Während der Zeit des Nationalsozialismus wurden Lehrkräfte wie Karl Schneider, die mit dem Regime nicht konform waren, gezwungen, ihre Lehrtätigkeit aufzugeben Während dieser Zeit wurde der Name in Hansische Hochschule für Bildende Künste geändert, allerdings ohne Zuerkennung des Hochschulstatus Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm sie ab 1945 als Landeskunstschule unter dem aus Hamburg stammenden ehemaligen Professor der Kölner Werkschulen Friedrich Alas Hestermann ihren Lehrbetrieb neu auf Nach Alas Hestermanns Pensionierung wurde der Architekt Gustav Hassenpflug zum Nachfolger gewählt Hassenpflug installierte ab 1952 eine Gastdozentenklasse, deren Ergebnisse er dokumentierte Zudem betrieb er die Umwandlung der Landeskunstschule in die Hochschule für Bildende Künste Hamburg Seit 1970 hat sie darüber hinaus den Status einer künstlerisch-wissenschaftlichen Hochschule Im Juli 2007 kam es zu einem Eklat Als die Hochschulleitung unter Martin Körtering auf Druck des Hamburger CDU-Senats hin mehr als die Hälfte der angehenden Künstler exmatrikulierte Weil diese sich an einem Boykott der neu eingeführten Studiengebühren beteiligten Die Studierenden begründeten ihren Protest mit der finanziellen Unsicherheit ihrer angestrebten Berufe Auch mit entsprechenden Krediten könnten viele derzeit Studierende sich ein Studium nicht mehr leisten Zudem wurde der Bologna-Prozess von vielen Studierenden kritisiert Die angestrebten Umstrukturierungen des Studiums seien speziell in einer Kunsthochschule völlig fehl am Platz Senat und Hochschulleitung verwiesen dagegen auf die Zahlungspflicht und räumten zunächst weitere Fristen ein Der Vorgang hatte ein bundesweites Presseecho Im September 2011 beschloss der mittlerweile SPD-regierte Senat der Freien und Hansestadt Hamburg Die Abschaffung der Studiengebühren an allen Hamburger Hochschulen zum Wintersemester 2012-13 Im Dezember 2011 schloss sich die hamburgische Bürgerschaft der Entscheidung an Studiengebühren sind sozial ungerecht und in Deutschland mittlerweile ein Auslaufmodell geworden Sagte die damalige Wissenschaftssenatorin Dorothee Stapelfeld gegenüber der Presse Das Gebäude am Lerchenfeld Das heutige Hauptgebäude der Hochschule für Bildende Künste entstand in den Jahren 1911 bis 1913 für die damalige Kunstgewerbeschule in Hamburg-Gulenhorst am Lerchenfeld II Auftraggeber war die Freie und Hansestadt Hamburg Die von Fritz Schumacher in herausgehobener Lage an einer Wasserfront am Kuhmühlenteich platzierte Von weiter sichtbare Baugruppe in dunklem Backstein mit ihren hohen Mansartdächern sollte sich von den übrigen Schulbauten des Hamburger Staates ausdrücklich durch ein abweichendes, mehr festliches Gepräge abheben Den Kern bildet eine hufeisenförmige Anlage am Lerchenfeld mit vorgelagertem, durch einen Säulengang von der Straße abgetrennten Zierhof Den man ursprünglich durch einen kleinen ovalen Pavillon betrat Von dort gelangt man in den rechtsgelegenen Hauptbau und betritt die hohe Eingangshalle von feierlicher strenger Wirkung Hier kehrt ein in Schumachers frühen Villenbauten entwickelter Raumtyp in gesteigerter Form wieder Eine rechteckige hohe Dielenhalle, die ihr Licht von einer ebenso hohen Fenstergruppe an der Schmalseite erhält In der zweigeschossigen Halle mit offener Treppenanlage an der Seite ist das Gerippe der Eisenbetonbauweise bewusst sichtbar gelassen Mit an den Oberflächen scharierten Betonteilen Die Anordnung der Gebäudeflügel auf dem winkelförmigen Grundstück begründet sich mit ihren Funktionen Die Lage und Länge des Hufeisenbaus zum Beispiel ermöglichte die Unterbringung vieler Ateliers auf der sonnenabgewandten Rückseite Die Absonderung des östlich anschließenden Werkstättenflügels hatte den Zweck Die Ateliers und Klassen von Maschinenlärm und Erschütterungen abzuschirmen Das Gebäude hat ein Unter, das ERD und drei Obergeschosse Schumacher beteiligte bei dem Bau dieses Gebäude Künstler, die an der Kunstgewerbeschule unterrichteten Das waren insbesondere Richard Lux für Relieffiguren im Innern und Außen Karl Otto Czeschka für das Hellglasfenster Die Schönheit als Botschaft in der Eingangshalle Und Willi von Beckerath mit dem imposanten ca. 44 Meter langen und 4 Meter hohen Wandbildzyklus Die ewige Welle in der Aula sowie Johann Michael Bossart für die figürlichen Reliefs auf der Rückseite des Schmuckhofs Friedrich Adler für die bekrönten Zapfen Willi Tietze für das Mosaik des Pavillons und Hans Heller für die Innengestaltung des Lesesaals und des Direktorenzimmers Fritz Schumacher schrieb in seinen Erinnerungen Stufen des Lebens Das Treppenhaus zeigt die Konstruktionsformen, wie sie aus der Verschalung herauskommen Die Flächen sind dann wie Steinflächen mit dem Meißel bearbeitet Den Raum veredelt das große Fenster aus geschliffenen Gläsern von Czeschka, das ich noch heute für eine der besten Arbeiten halte Die in Hamburg entstanden sind Auch alle anderen Künstler der Schule sind an dem Bau in irgendeinem Zierstück zu Worte gekommen Aber leider war es das einzige Werk, an dem ich sie beschäftigen durfte Es wurde mir untersagt, Baugelder an Personen fließen zu lassen, die ein staatliches Gehalt bezogen Das Wandgemälde Die Ewige Welle von Willi von Beckerath Das Wandgemälde Die Ewige Welle in der Aula gilt als das Hauptwerk von Willi von Beckerath Es besteht aus acht Teilen und zeigt symbolisch den Aufstieg und Fall einer Kulturepoche Es entstand in der Zeit von 1911 bis 1918 In den vergangenen Jahren um 2009 wurde das Gemälde in mehreren Stufen in seiner ursprünglichen Farbigkeit restauriert Zum hundertjährigen Bestehen des HfBK-Gebäudes 2013 wurde ebenfalls die Decken- und Wandbemalung der Aula wieder freigelegt und restauriert Auch der kunstvolle Parkettfußboden wurde erneuert So ist die Aula jetzt wieder als großräumiges Gesamtkunstwerk wahrnehmbar geworden Nach den Kriegszerstörungen und entsprechend den neuen Anforderungen gab es seit 1943 größere Umbauten Manche Veränderung ist als wahrer Verlust, manche als neue Schicht zu interpretieren, die dem Baudenkmal weitere Bedeutungsebenen hinzugefügt hat 1943 Zerstörung des Westbaus und Atelier-Trakts 1951 bis 53 Instandsetzung und Ausbau Gustav-Hassen-Plug 1954-55 Wiederaufbau des Dachgeschosses des Ostpavillons oberhalb der Mansarde 1962-63 Aufstockung zwischen Traktuferstraße und Umbaudirektorenzimmer Gottbier-Nissen 1970 Wiedereinbau der Glasfenster von Karl-Lotto Czeschka in der Halle 1971 Eintragung in die Denkmalliste Eingangsbau Zentralhalle Aula 1972 Einbau von Emporen in den Staffelgeschossräumen des Westpavillons 1973-74 Umbau der ehemaligen Heizungsräume im Atelier-Trakt als Metallwerkstatt 1988 Umbau der Radiewerkstatt im Dachgeschoss des Werkstattbaus Uferstraße 1992-93 Neugestaltung des Eingangsbereiches Bernhard Winkung 1994 Aula Außentreppe Bernhard Winking 1994-95 Stillanbau Bildhauertelier Holger Motz und Studenten 2009 Teilrestaurierung des Monumentalgemäldes von Willi von Beckerath 2012 Dreizehntel umfangreiche Wanddecken und Bodenrestaurierung der Aula mit ihren vielfältigen Zierelementen Professoren der Hochschule Bildhauerei Andreas Lominski Bildhauerei Matt Maliken Bildhauerei Pia Stadtbäumer Bildhauerei Thomas Diment Bühnenraum Raimund Bauer Design Jesko Fetzer Design Glenn Oliver Löw Design Margeti Kepotk Design Mediatektur Ralf Sommer Design Theorie Friedrich von Boris Dokumentarfilm Pepe Dankwart Experimentalfilm Robert Bramkamp Fotografie Silke Großmann Grafik Typografie Ingo Offermanns Grundlagenorientierung Bildhauerei Bühnenraum Jilke Geigen Grundlagenorientierung Design Julia Lohmann Grundlagenorientierung Film Katharina Pethk Grundlagenorientierung Grafik Typo Fotografie Heike Mutter Grundlagenorientierung Malerei Zeichnen Achim Hubs Grundlagenorientierung Zeitbezogene Medien Lene Markusin Kunst- und Kulturwissenschaften Hannelorek Kunstgeschichte Michael Diers Kunstpädagogik Lena Siese Malerei Anselm Reile Malerei Zeichnen Jutta Köter Malerei Zeichnen Werner Büttner Mixed Media John Faust Mixed Media Michaela Millian Philosophie Hans-Joachim Lenger Spielfilm Ehemalige Studierende In der Zeit des Nationalsozialismus verfolgte Lehrkräfte Zwei Stolpersteine im Bürgersteig vor der Haupttreppe der Hochschule für Bildende Künste erinnern an die Während der Zeit des Nationalsozialismus verfolgten Lehrkräfte Friedrich Adler, der an der damaligen Kunstgewerbeschule von 1907 bis zu seiner Zwangspensionierung 1933 unterrichtete, wurde 1942 in Auschwitz ermordet. Hugo Mayer Tour unterrichtete von 1910 bis 1943 und wurde 1943 im KZ Fuhlsbüttel ermordet. Punkt, Punkt, siehe auch, Hamburger Künstlerfest.